Du möchtest dein Startmenü bzw. Groupmenü ändern? Dann ist dieses Video genau richtig für dich. Wir werden beispielsweise die Startreihenfolge ändern und verschiedene andere Einstellungen vornehmen. Bleib dran! Und hiermit euch ein herzliches Willkommen. Zum Bearbeiten unseres Group bzw. Startmenüs könnten wir uns jetzt durch irgendwelche Konfigurationsdateien wälzen und da irgendwelche ganz speziellen Sachen eingeben. Oder wir machen uns es etwas einfacher und gehen auf unsere Anwendungsverwaltung und installieren das Programm Grub Customizer oder Group Customizer, wie man es auch immer nennen will. Dazu geben wir in unserer Suche Grub Customizer ein mit einem Bindestrich dazwischen und das Ganze sollte hier gefunden werden. Dann wählen wir das einmal aus und wählen Installieren aus. Dann müssen wir noch unser Passwort eingeben. Hier kommt der Dialog. Wir geben es ein und die Eingabetaste und das Programm wird in Kürze installiert. Das sollte nicht allzu lange dauern. So, wunderbar. Grub Customizer wurde installiert. Dann können wir unsere Anwendungsverwaltung jetzt schließen und wir öffnen es aus unserem Startmenü, den wir einfach mal beispielsweise Grub oder Group eingeben und öffnen das Ganze. Wir geben unser Passwort ein. Das müssen wir als Administrator ausführen, weil wir eben dann doch einen sehr spezifischen Teil unseres Betriebssystems bearbeiten. Und hier finden wir jetzt erstmal unsere gesamten Starteinträge. Falls ihr weitere Betriebssysteme hier auf eurem Rechner installiert haben solltet, dann werdet ihr hier auch diese Betriebssysteme finden. In meinem Fall ist jetzt hier Ubuntu eingetragen und ich habe ein Linux Mint. Das ist eben der Group Customizer, der kann leider zwischen Linux Mint und Ubuntu, vielleicht noch mit anderen Derivaten von Ubuntu, gar nicht so viel anfangen. Also wundert euch dann nicht, falls da jetzt Ubuntu da steht, ihr aber eigentlich keines haben solltet. So, dann gehen wir in die allgemeinen Einstellungen, weil dort können wir so die ziemlich signifikantesten Einstellungen vornehmen. Zuerst können wir unseren Standardeintrag definieren, also der Eintrag, der standardmäßig ausgewählt ist. Und dann nach einer gewissen Zeit automatisch gestartet wird, falls wir nichts anderes machen. Das ist standardmäßig hier der erste Eintrag, aber wir können hier einen ganz speziellen Eintrag auswählen. In meinem Fall reicht jetzt Ubuntu, also in meinem Fall das Linux Mint, was ich hier jetzt habe. Oder wir können anstattdessen den vorher gebooteten Eintrag auswählen. Das heißt, das System, was ihr das letzte Mal an eurem Computer gestartet habt, wird dann automatisch das nächste Mal vorausgewählt, sodass das dann automatisch wieder gestartet wird. Kann man einstellen, wie man will. Ich belasse es jetzt hier bei meinem Ubuntu, beziehungsweise Linux Mint ist es ja eigentlich. Und dann reicht das soweit erstmal. Dann können wir hier einmal die Sichtbarkeit einstellen, also einmal, ob das Menü überhaupt angezeigt werden soll oder nicht. In meinem Fall ist jetzt hier Menüanzeigen ausgewählt. Bei Linux Mint ist es aber standardmäßig so, sobald nur ein Betriebssystem, also Linux Mint selber, nur ein Linux Mint auf eurem Rechner installiert ist, dann erkennt das Linux Mint automatisch und blendet dieses Menü standardmäßig erstmal aus. Also es überschreibt diese Einstellung nachher, wenn nur es als einziges Betriebssystem drauf ist, weil es denkt sich so, hey, warum soll ich das anzeigen? Das kann man so jetzt mit dem Grab Customizer gar nicht ändern, ist aber auch gar nicht schlimm. Man kann es, wie ich euch später zeige, mit der Shift-Taste dann wieder vorholen, das ist gar kein Problem beim Starten. Aber wundert euch nicht, wenn das jetzt ausgewählt ist, aber euer Startmenü ganz am Anfang eigentlich gar nicht angezeigt wird. Dann ist soweit sowieso alles okay, weil dann könntet ihr euch hier diesen ganzen Grab Customizer in der Regel sparen, weil ja, dann funktioniert ja alles. Ja, nach anderen Betriebssystemen sehen, sollte auf jeden Fall meiner Ansicht nach aktiviert sein und hier können wir einstellen, nach wie vielen Sekunden unser Vorgabe-Menü-Eintrag gestartet werden soll, also der hier. Hier ist jetzt standardmäßig 0 Sekunden eingetragen, meiner Ansicht nach sind 3 Sekunden eigentlich ein ganz guter Wert. Da hat man noch genügend Zeit, da hin und her zu switchen, wenn man will oder es wird eben automatisch nach 3 Sekunden der Standard-Eintrag hier gestartet. Ich lasse das jetzt hier mal auf 3 Sekunden, dann können wir hier noch Kernel-Parameter mit eingeben. Das empfehle ich euch soweit erstmal nicht zu ändern, außer ihr habt einen bestimmten Grund. Und das wäre es hier zu den allgemeinen Einstellungen. Dann können wir nochmal zur Darstellung gehen. Wenn ihr wollt, könnt ihr hier eine spezielle Auflösung festlegen von eurem Grab. Wenn das sowieso immer die ganze Zeit komplett verzerrt ist und viel zu groß oder viel zu klein, dann könnt ihr hier die Auflösung nochmal etwas ändern. Bitte beachtet aber, dass ihr das genau in diesem Format hier angebt, also einmal eure Breite, dann einmal das X und dann einmal die Höhe. Wenn bei euch soweit alles okay ist, dann belasst das deaktiviert. Ich lasse es in meinem Fall jetzt auch deaktiviert. Dann können wir noch einmal unsere Standard-Farben einstellen, wenn wir wollen. Normalerweise passt das meiner Ansicht nach voll aus. Aber ihr könnt, wie ihr lustig seid, euer eigenes Farbschema zusammenbauen, braucht man meiner Ansicht nach nicht. Der Standard reicht hier vollkommen aus. Ein Hintergrundbild könnt ihr setzen, wenn ihr wollt. Bitte passt auf, dass es genau die gleiche Auflösung hat wie euer Group später selber. Das erleichtert euch einiges. Ihr könnt aber auch, wie ich, kein Hintergrundbild setzen, dann ist das auch vollkommen okay. Oder ihr könnt auch ein komplett anderes Thema einstellen. Da gibt es verschiedene Themen, die man sich aus dem Internet herunterladen kann. Ich habe das schon mal in einem Video gezeigt. Könnt ihr jetzt rechts oben oder in der Videobeschreibung anklicken. Habe ich mal eine Zeit lang gemacht und denke mir so, warum? Mir reicht der Standard vollkommen aus. Wenn ihr wollt, könnt ihr das dann aber hier auch noch auswählen und installieren. Ja, das wäre es eigentlich soweit dazu gewesen. Mehr gibt es jetzt hier im Grub Customizer nicht. Ihr könnt dann nochmal hier speichern und installieren. In den Master Boot Record auswählen oder sowas. Das braucht ihr in der Regel eigentlich gar nichts. Das heißt, am Ende wählt ihr einfach nur Speichern aus. Dann wird das Ganze hier gespeichert und in euer Startmenü geschrieben. Das sollte nicht allzu lange dauern. Dann ist das Ganze jetzt auch schon fertig. Und wir starten einfach mal unseren Rechner neu. Jetzt beim Neustart drücken wir gleich die Shift-Taste, um unser Group hier hervorzuholen. Wunderbar, hier ist unser Startmenü. In meinem Fall gibt es jetzt hier nur zwei Einträge, weil eben nur ein System hier installiert ist. Solltet ihr noch ein Windows oder ein Manjaro oder ein anderes Betriebssystem drauf haben, dann werdet ihr hier das Ganze finden. Und je nachdem, am Anfang den Starteintrag finden, den ihr eben als Standardeintrag ausgewählt habt. Und ja, ich habe im Stil jetzt hier selber nichts verändert. Das heißt, es ist jetzt alles ganz normal wie davor. Hier hat sich jetzt wenig bei mir verändert. Das wäre es eigentlich schon zu dem Video gewesen. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem kleinen, aber feinen Video dennoch weiterhelfen. Und wenn dies der Fall war, würde ich mich über einen Daumen nach oben, einen Kommentar und ein Abo auf diesem Kanal freuen. Und wenn ihr wollt, sogar noch die Glocke, dann verpasst ihr auf jeden Fall nicht, wenn ein neues Video online kommt. Das wäre es von mir gewesen. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und viel Spaß beim Linux nutzen. Ciao! Bis zum nächsten Mal.